ja guck mal aaaaaa haha zack sehr gut ah wir müssen es reparieren ok eine Schraube haben wir hier schraub auf schraub auf hier fehlt das aufziehen soll ich hier noch zuschrauben? ach so macht es von selber ich hätte es auch schön gefunden wenn ich es noch hätte machen müssen ähm ach so ah und jetzt? zack was ist jetzt passiert? hat sich etwas geändert? 2.50 Uhr 2.50 Uhr ist aber gar nicht 2.50 Uhr ah ha ha Okay. Ha. Gib mir den Schlüssel. Sehr gut. Jetzt mal den kleinen Schlüssel schon mal. Aber. Hier ist doch. Ah. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach krass. Also doch was an der Seite. Das ist ja cool. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist das Schiff. Was wir da drüben zusammenbauen. Hast du es einfach zu erkennen? Ja. Ein Jamaahm. Mit Heilfunk. Grüß sie. Ich nehme an den Spiel, dann bin ich natürlich fertig. Das sieht ja nur noch aus. Ach ne noch nicht ganz. Ha ha. Noch nicht ganz. Okay, kann damit nix machen. Ja, natürlich. Das ist das. Ich will das nicht machen. Letztendlich irgendwas Schreckliches passiert. Meins, meins. Ich kann die an sich nicht drehen, nur uns. Da ist es. Was ist hier? Das sind die Maschinen hier hinten. Diese Tore. Eber im ersten Teil zuletzt an. Maya? Das sah jetzt irgendwie so Maya-technisch aus, oder? Seenot, Errungenschaft, Frank. Ja, toll. Du hast die Geheimnisse des Schiffs erfolgreich aufgedeckt. Doch dein Leidensweg wird nur noch schlimmer. Super. Wo ist denn jetzt gelandet? Ah. Okay. Metallriegel gefunden. Entschuldigung, mach ich nicht. Ich hab nix angefasst. Das ist mit Hei-China am Boden. Oh. Oh, was ist das alles? Oh, was? Was? Oh, ich bin ganz ehrlich. Meine Mutti, würde das jetzt gefallen hier. Das ist... Juhu, Archäologie. Oh, mega. Ich brüch den Pinsel. Damit das authentisch war. Ich müsste jetzt irgendwie noch Pinsel ausfinden, damit ich das machen kann. Das war mega geil. Okay. Tut, 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 tut. Okay. Kann ich nichts mehr anfangen. Und die Kiste... Okay, wir sollten vielleicht erstmal dahin gehen, wo wir hin sollen. Und das ist, nehme ich an, die große Kiste am Tisch. Ich vermute es mal. Okay. Geht sehr gut los. Ein kleiner Spielstein. Das soll ein Spielstein sein. Der Metallriegel, das haben wir leider kaputt gemacht. Das ist aber der hier. Das ist eine falsche Stelle. Ich kann das hier aber noch nicht bewegen. Alles klar. Da fehlt anscheinend noch was dazu. Warte mal, der hat ja hier hinten dran. Nee, das passt nicht da rein. Okay. Also die Seite noch nicht. Was ist das? Oh! Ein goldener Turm. Aha! Was ist das da nicht? Das hat doch hier unten so ein... Ach nee, die ganzen. Nee, das passt nicht ganz. Okay. Bedeutet was? Was war denn da eigentlich hier? Das könnte hier passen. Nein? Tut's nicht? Okay, noch ein Zettel. Hab der nicht übersehen. Mal kurz anders hinsetzen. Irgendwann. So. Ich habe mich vor dem Irrsinn. Das rede ich mir ein. Ich habe diese Hölle nicht verdient. Äh, tut. Eine Hölle hat niemand verdient. Ähm. Obwohl ich ziemlich geil finde. Ich kann ja nichts machen jetzt. Wir gucken mal im Raum rum. Ach, eine Armbrust. Oh, die ist kaputt. Nicht mehr. Hab's vibriert. Ah, das brauchen wir. Den Holz kaputt. Alles klar. Können wir das vielleicht als Waffe benutzen? Hier, das hier so? Was, 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 was? Halt. Wo der Abzug sein sollte, ist eine Aussparung. Na. Okay, die wird da nicht rangehören. Wir haben drei was. Und der Tisch, die Armbrust und das. Okay, haben wir sogar schon was aufgedeckt. Nein. Das heißt wie Feuer, wie hier. Schwarzpulver. Was haben wir denn hier? Hier fehlt ein Ring. Okay. Oh. Eine Schnur. Für die Armbrust. Okay. Sonst ist da anscheinend nix. Können wir das gleich. Okay. Können wir jetzt noch nicht machen. Gehen wir nochmal zurück zur Kiste. Hier haben wir das. Das war nicht schwer. Das war nicht schwer. Ein Abzugsmechanismus. Ist wo hier noch was? Ja, das hier. Muss ich hier ein Kreuz machen? Klickt Aktur oder was? Nein. Okay, machen kann ich. Durchspure das Auge. Okay. Glitzert da was? Ach nee, das sieht nur so aus. Hm. Ach guck mal da. Das Auge. Okay, wir setzen das mal drauf. Okay. Okay. Das krieg mal hin. Jawohl. Mechanismus Erstmal eine Schrift Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich sehe ein einstmals mächtiges Volk Verdorben von heidnischen Feind Eindringlingen Und ihren Seuchen Sie erbitten den Willen der Götter Von ihren Priestern Doch der Jaguar und Die Fäde der Schlange Sprechen nicht mehr mit mir Der Kristall unserer Urmütter Wird angerufen Ich möchte mit ihnen sprechen Aber nur ein Besetzzeichen Ja, das passiert Was muss ich hier Ähm Hier fehlt etwas Da, da Fehlt das da? Nein Das da? Nein, fehlt auch nicht Oh Okay Fehlt doch nichts Ähm Ich hab's kaputt gemacht Ups Aha Okay Nein Gehen wir erstmal hier hoch Warte, warte, nochmal Ach, jetzt nochmal Sieht so aus, als würde ein Teil fehlen Achso Das war ein Fehl, ne? Ja Okay, ich muss dahinter Er Ich hab's gesprochen, ich hab' das geholfen, ne? Ähm... Haha! Nein! Ach Mist! Oh, ist das mies. Oh, das ist mies. Okay. Let's go. Hm... Ha! Was du dringst? Ätsch, märtsch! Hoho! Hihi, sehr gut! Oh, das war knifflig. Was haben wir hier? Jetzt können wir die Droh rein. Wir können die Droh rein. Ja, Droh, Droh, Droh. Was halte ich mit dem Spiegel auf sich? Ist da irgendwas? Nein. Hier oben ist auch noch was. Kann ich da? Da kann ich auch noch nix machen. Okay. Droh, Droh, Droh. Oh? Okay, wir sind also nicht in einem übelst tiefen Gewölbe, da oben ist der Himmel. Da bin ich schon mal beruhigt. Ja, da bin ich schon mal beruhigt. Ja, da bin ich schon mal beruhigt. Alles klar, ich weiß wofür wir die brauchen. Okay. Hier. Fall ich rum? Ach komm, das ist ja geil. Okay. Das ist ja cool gemacht. Okay. Ja. In einer uralten Ruine durch irgendeine alte Wand brechen, wo du genau weißt, dahinter ist ein Hohlraum. Ich sollte vielleicht von den Spielen die Kopie meiner Mutti schenken. Das ist, äh, der Droh. Gewoll. Und die Rätsel würden sie vielleicht zur Verzweiflung bringen. Aber wo die das hinkriegt, nur sie glauben die an sich selber. Dass sie das hinkriegt, das... Ah, die kriegt das hin. Oh Gott. Bitte was? Okay. Die Kiste sieht hier aus wie ein Palast. Haben wir die Seiten schon mal irgendwo gesehen? Ist die Kiste jetzt ein Palast? Ne. Sieht für uns aus wie ein Palast. Okay. Hier ist auch übrigens, ne, hier ist noch... noch irgendwas. Ne, ne, ne. Hm, gut. Hätte sein können. Wie krieg ich die zwei Symbole raus? Wo sind die? Ah, alles noch. Mir ist gerade wieder eingefallen. Ähm. Ich hab die Symbole in meinem Kopf. Ich wusste es noch nicht mehr. Das war jetzt welche. Ja. Den warte mal. So. Oh Gott. Quasi J mit Strich durch. Und... Keine Ahnung. J mit Strich und zwei kleine Pfeile. Ah ja. Gehört mit Strich? Ah, ich bin gut. Und zwei kleine Pfeile. Hab sie. Oh, wie cool. Oh, hier fehlt ein Stein. Ist der Zettel jetzt neu? Nein. Der Zettel bleibt der Alte. Oh, ein goldenes Tor. Ich wünsch dir man könnte solche Rätselboxen kaufen irgendwo. Das wäre irgendwie cool. Hm. Gut. Dann suchen wir mal nach dem fehlenden... Oh. Das auch? Ja. Nee. Ist klar. Ja. Nee. Ja. Nee. Ok. Yes. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Wie ist das im Keller? Oh. Okay, jetzt umdrehen die O ist und die X, wir kommen die Turm rein